mohoin ja wir wollen heute mal die gruft der heiligen probieren auf 100 mal gucken ob wir ganz gut durchkommen und auch in einer guten zeit hab noch einen trank aktiv der gibt mir 20 prozent angriffsgeschwindigkeit und ich spiele den rogue mit dem gift bild dazu findet ihr unten den link in der video beschreibung mal schauen ich brauche mehr ich hab da mal so rein Das ist ein Arsch. Okay, kurz geschwitzt. Haben wir, haben wir. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, war wieder ein kleiner Moment, wo ich dachte, ja, hat sich jetzt aber erledigt. Ich brauche mehr Zeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020